Hey Leute, ich bin gerade Matthias aus dem Cut. Das Video endet relativ spooky und ungeplant. Deswegen wollte ich euch nur sagen, es geht mir und Laura soweit gut. Wir sind heil zuhause angekommen. Trotzdem gefühlt bis nach unten, dass wir die ganze verfolgt werden. Aber wir haben es geschafft. Wir sind auf jeden Fall unten. Wie gesagt, wenn ihr die zweite Folge sehen wollt, was ich oft genug in dem Video erwähne, und wir diesen weit gehen sollen, weil ich da echt schon so... Warum? Dann lasst doch einfach ein Like da. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und viel Spaß mit dem Video. Eigentlich ist das jetzt schon fast Spazierens-Staffel 4. Hier ist eine Person, von der ich nur Füße zeige. Okay, das klingt extrem falsch. Eigentlich sollten wir den Weg gehen, zur Leopold Filiwarte. Aber... Weil wir Klicks mögen, gehen wir den. Slenderman! Michael Jackson! Na, danke! Das mit der Glocke? Ja! Oh mein Gott, na! Doch! Ich hab den schon gesehen! Ja! Ich hab den schon gesehen! Ja! Der ist mega cool aber! Ja, aber auch mega cool! Mega cringe! Okay! Gehen wir links weiter in den Wald hinein? Ja! Geradeaus weiter in den Wald hinein! Oder rechts wieder auf unseren Ursprungspfad! Den gefährlicheren Weg nämlich! Also den Ursprungspfad! Alter, die Fresse! Wir gehen den Weg! Wir gehen da sowas von verloren! Wenn wir verloren gehen, das ist das letzte Video von uns! Bitte! Du musst es sofort live stellen! Ich hab keine mobilen Daten! Gib mir deine Nummer, schick's mir die Daten hoch! Ich hab mobile Daten! Ja, okay! Hast du hier zu... Ja, im Notfall, dann machen wir das! Warte! Ganz ehrlich, ich seh... Ich seh jetzt schon, wir werden von Fanny Ballen gejagt! Eigentlich kommt ja den Part, den ich vorher schon aufgenommen hab, um 14 Uhr morgen! Also für euch morgen, für uns heute! Oh mein Gott! Warte, bleib bitte so stehen! Da muss ich mich nicht zensieren! Super drestig zu mir! Alter! Da liegt nur so ein Polizeiabschwepp an dem Ding! Also das ist jetzt eigentlich das Nachvideo, aber ich hab einfach Bock das nach oben zu laden morgen, weil das viel creepier ist! Und... Was zur Hölle geht hier ab? Morgen machen wir in Teil 2, okay! Let's go! Warum nicht? Mehr! Let's go! Komm, wir machen... Wir drehen den neuen Sender und den Film! Ich hab ja no shit! Ich hab auf meinem Kanal so ein Projekt, das nennt sich Wandern! Also Spazieren eigentlich! Ja! Und jetzt ist die Staffel 3 gerade zu Ende gegangen! Also das war der perfekte Beginn für Staffel 4! Ja, passt! Super! Das heißt, die Folge kommt am Freitag! Doch nicht morgen! Für euch morgen! Möchten wir das? Ja, aber für die Folge kommt am Freitag... Ja, stimmt! Die kommt ja nicht am... Ja, die kommt jetzt für euch heute! Besser Vergleich! Komm, ich bin weiß! War auch so rassistisch, Susanne! Musst du was gestehen? Ich bin schon längst tot! Ah! Deswegen war es da oben... Oh mein Gott, da ist ein Jäger! Schützen Ding! Hallo! Oh mein Gott! Was zur Hölle? Heidi! Heidi! Ich habe richtig Angst, ich möchte das nicht! Ich war mal da oben! Nein! Hallo! Oh shit! Leute! Leute! Ja, wir hätten halt im Notfall das Video, um uns wieder rauszufinden! Ja! 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 Gehen wir dann nach oben? Bist du selbst mal gefährdet? Ja! Oder gehen wir ins Dunker da rein? Nein! Ich habe richtig Angst vor dem Turm hinter uns! Ich habe allgemein Angst vor hinter uns! Okay, ich schaue ab und zu nach hinten, okay? Und ich schaue nach vorne! Nein, nein, nein! Das machen wir nicht! Gleich kommt wieder so ein Flugzeug, das zwei Meter hoch fliegt! Russland ist da auch! Alter, wenn wir da nach oben gehen, kommen wir echt zur Warte! Weißt du eigentlich, äh, die, ähm... Okay, vergiss es! Ich hab jetzt nicht mehr... Ich sag! Ja, vergiss mal die... Warte, wir müssen 20.000 sein, oder? Ja! Es ist 19.10. Warte, da ist noch so ein gelbes Ding! Folgen wir in den gelben Pfad? Ja! Willst du uns umbringen? Ja! Ich schaffe das, glaube ich, mit dem Kreislauf nicht! Ich auch nicht! Okay, wir gehen dann noch so zehn Minuten entlang, dann drehen wir um! Ich schaue einfach, wie es mir geht, weil wir nicht wegen dem jetzt, äh, K.O. Allgemein, wenn du hier K.O. gehst. Also, ich mein, Heli kann ja gut landen, aber wenn du K.O. bist, bin ich hier alleine! Und ich drehe durch, alleine in den Wald! Nein, du bleibst dann bei mir, okay? Da bist du nicht alleine! Wollen wir das echt? Ja! Was, wenn wir nicht alles tun für Views? Leute, abonniert! Wenn wir gerade verrecken, dann abonniert doch einfach gerne! Wenn ihr uns verrecken sehen wollt, das ist ein Dislike da! Ich seh schon das Video, tausende Dislikes! Zweite Folge treffen wir uns, kommt zu uns! Let's go! Wir machen hier einfach einen Community-Marsch durch den Wald! Genau! Und dann unterschaut jeder auf eine Richtung! Oh mein Gott! Und ich geh in der Mitte, weil ich wiff bin! Ich bin wiff, ich bin ein Very Important Pisser! Oh, da geht den Weg runter! Da geht den Weg runter! Okay, ich hoffe... Liegt da an der Weste? No fucking way! Da vorne! Oh, das ist nur der Baumstammstamm! Ich dachte, das ist nur der Baumstammstamm! Oh mein Gott! Warte! Oh mein Gott! Michael Jackson ist hier! Nein! Heidi! Der Horrorfilm jetzt! Heidi! Heidi! Der Horrorfilm! Neu, jetzt neu! Zwei Kinder auf der mystischen Reise durch einen Wald und plötzlich hört man Heidi! 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 Aber so richtig creepy... Heidi! So richtig creepy Musik... Oh mein Gott! Diese Kindermusik, die man so drehen muss! Diese Box! Oh mein Gott! Jack in the Box! Oh mein Gott! Ja! Du sagst den Namen und ich krieg Gänsehaut! Ich hab schon die ganze Zeit Gänsehaut mit dir! Das kann man jetzt falsch verstehen! Aber das tun wir ja nicht! I hope so! Doch! Also falls ihr das jetzt gehört habt, ihr müsst mir helfen! Ich hab sie nämlich entführt! Das ist der Plot Twist! Genau! Aber es darf halt keiner wissen! Also tut's, was wir sie wissen! Genau! Ihr wisst gar nicht, dass ich hier jemanden gerade führe und umbringe! Denn ich bin Heidi! Und auf einmal steht so eine Kuh da und ich mach so... Und ich stehe so... Wo ist die Matze? Und dann kommst du... Und dann schreich so Matze... Und von der ganzen hinten noch vom Weg schreif... Und sie wird zurück... Boah, wer ist da? Hä, wir sind doch den richtigen Weg gegangen! Fragezeichen! Und du so... Wer ist dann mit mir gegangen? Du 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 duu! Und dann drehe ich mich so nach vorne und du stehst nicht mehr da! Und Heidi steht da! Und schaust mich alles an! Ich denke es nicht offen! Ich bin zu fausig zuzumachen, weil ich mich Angst habe um... Bleib stehen! Nein, nein! Ich möchte nicht stehen bleiben! Ich schau ja hinter dich! Nein, nein, nein! Ich möchte nicht stehen bleiben! Er ist auch geblüht! Der hat gerade einfach ein steines... Es ist ein Stein hinter mir geflogen! Das war du! Wie spät ist denn? 14... Ja, macht Zeit! Ja! Weil der Weg zurück ist leichter! Ja, 5 Minuten hätten jetzt noch so circa! Wir gehen ja immer weiter weg! Also wir müssen ja die Zeit dann wieder herholen! Und dadurch dass das Video schon 7 Minuten geht... Und wenn wir zu spät kommen, macht das nicht! Weil man kann anrufen, der WG ist sagen... Und sagen, du willst kommen 5 Minuten später! Weil du im Kreislauf kollapsat bist! Ja! Nein, da wollen wir nicht finden! Schau dir das mal an! Da ist mein Freund dahinten! Oh, jetzt hab ich dich verraten! Ich schwör, hast du das gehört? Ich hab da hinten auch was gesehen! Wir gehen sofort! Nein! Wir drehen um! Mach zu bitte! Ich passe auf dich auf! Ich stelle mich vor dich, okay? Okay! Okay! Nein, ich mach das gerade echt unfreiwillig! Ich hasse Horrordinger! Obwohl ich tatsächlich... Nein, ich fühle mich auf der Straße! Das ist ein gutes Zeichen! Ja, das sagt jeder in Horrorfilms! Hast du Friday the Third Thief? Erster Teil gesehen? Ich hab meine... Ich hab die Filmreihe! Vielleicht! Freddy Krüger hab ich auch! Ich hab alle gesehen! Ich auch! Ich hab jetzt den neuesten Halloween-Film gekauft! Welche? Ja, wann ist das? Weiß ich nicht! Das ist halt schon beim letzten Geist! Das ist der letzte! Der kam jetzt an Halloween ins Kino! Oh, ich hab Lady Mary! Ja! Aber weiter um! Weiter um! Nein! Komm jetzt! Ich will das nicht! Komm! Wir bleiben auf dem Weg! Leute, wenn das weniger als 10 Views bekommt, dann... Dann gehen wir hier nie wieder mehr hin! Es gibt nie wieder ein Part 2! Bitte doch! Ein Part 2 gibt es nur der andere Wald! Ja, der andere Part und den richtigen Weg nach oben! Genau! Du, es fällt dir grad auch auf, dass wir runtergehen! Ich will das nicht! Ehrlich jetzt nicht! Das lege ich an! Ja! Ich hasse so! Aber ich möchte mich echt jetzt nicht umdrehen! Weil ich weiß nicht, was dann hinter mir passiert! Gar nichts! Du, Bro, also... Du, vielleicht hast du doch recht! Wir sollten euch doch umdrehen! Aber langsam! Wenn wir jetzt rennen, passiert das Schlimme! Nein! Das war eine Scheißidee! Das war eine Kack-Scheißidee! Ich verstehe verdammt! Ja, ich weiß! Ich fühl's mir auch an! Ich halte sie grad auf meinen Akku hat Nummer 15 Prozent! Leute, ich muss das Video jetzt beenden! Wir sind hier Lebensgefahr! Ich poste auf Instagram, ob's mir gut geht! Safe werde ich das eh vergessen! Ja! Aber okay! Tschüss Leute! Zurück zu den Formalitäten! Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da! Bis morgen! Wenn nicht, lasst ein Dislike da! Bis morgen! Genau! Morgen machen wir das zweite Video! Genau! Wenn wir den Rass uns! Und oben fühlen wir die Bloody Mary! Aber auf der Fiegelwarte! Oben! Schau mal auf meinen Arm! Wo ist denn dein Arm? Gewecken, das sieht meine Flecken! Ja, und lasst ein Abo da und mich kostenpflichtig supporten, wenn ihr mich kostenpflichtig supporten wollt! Dann schaut bitte auf Zatzl! www